Ähm, da hinten sind Salze und ein Tonbandgerät. Elizabeth. Genau, jetzt beginnt sie langsam zu zweifeln. Warum passiert ihr das alles? Warum ist sie an dem Ganzen schuld? Wieso kommen Leute zu ihr und tun ihr das an? Wieso musste sie das machen? Obwohl doch wir der sind, der die Probleme hat. Sie ist ja einfach bloß unser Werkzeug. Oh je, sie haben es geschafft. Sie haben sie gebrochen. Ich habe nicht immer liebte den Propheten. Die Wahrheit, ich habe von seinem Erinnerung. Ich habe sogar gegründet, dass ich sein war. Ich folgte einen Mann, der sich alles zu sein war, mein Vater nicht. Das Mann war ein falscher Shepard. Und wenn die Wolke von mir kamen, er war nicht mehr, zu finden. Ja. Wir konnten sie nicht retten. Sie haben geschafft, ihr einzureden, dass wir sie verlassen haben. Und dass wir ihr Lügen erzählt haben. Das haben sie auch geschafft, ihr einzureden. Das ist ja noch viel schlimmer nach allem, was wir durchgemacht haben. Auch gemeinsam mit ihr. ist hier irgendjemand Sicherheitscenter. Na, bravo. Hier sind doch garantiert welche. Und zum Beispiel auch im Sicherheitscenter gibt es bestimmt Waffen und Munition. Irgendwas muss es hier geben. Okay, Dietrich hier sammeln wir schon mal wieder. Das ist gar nicht schlecht. Das sagt uns natürlich auch, dass wir Elisabeth irgendwie retten müssen und dann kann sie die wieder einsetzen. Ja, die ist noch ein Haufen Zeug. Wieder Elisabeth. Was will sie tun? Ein Hut steigende Mordlust. Nach jedem erfolgreichen Kill bis zu fünf wird der Schaden von Waffen erhöht. Wird zehn Sekunden lang nach dem letzten Kill zurückgesetzt. Uh, was soll man sonst? Du wirst schwieriger zu entdecken sein mit automatisierten Geschützensapplen. Ja gut, das bringt es jetzt nicht. Deswegen rüste ich mal das hier aus. Mit jedem Kill machen unsere Waffen mehr Schaden. Das ist natürlich wahnsinnig gut, um Killingstreaks hervorzurufen. Wir müssen jetzt nochmal kurz gucken, in welche Richtung. Ah ja, okay. Hier können wir nichts machen. Von da sind wir mehr oder weniger gekommen. Also müssen wir tatsächlich hier hoch. Und wahrscheinlich irgendwelche Knöpfe drücken. Salze, Salze, Salze. Immer mehr Salze. Ich brauche mehr Salze. Ist hier auf der Seite noch irgendwas? Nur nochmal Pistole, aber die haben wir ja gerade ausgewechselt. Okay, dann können wir hier hochgehen. Scheint sowas wie eine Hauptkonsole zu sein. Oh. Vielleicht können wir von hier aus irgendwas ausrichten. Da ist der Switch, aber... Was ich getan habe, kann nicht nicht getan werden. Ich kann nicht stoppen. Was ich in die Richtung gelegt habe. Aber vielleicht kann ich es nicht immer wieder anfangen. Er war meine erste Hoffnung. Und jetzt, er ist mein Liebster. Du solltest dich nach unten gehen und jetzt zu Elisabeth kommen. Gott, hat's mich ins Gerissen! Okay, wo seid ihr? Wo seid ihr? Stirb! Stirb! Alter! Okay, das hat natürlich... Sehr gut, die haben unsere Waffe wieder mit dabei. Ah, das ist ja eine gute Belohnung. Okay. Damit haben wir wenigstens wieder ein bisschen... ...bisschen bessere Waffenverhältnisse. Okay, wir sollten jetzt fähig sein, Elisabeth zu befreien, hat er gesagt. Oh, schickt uns unser Pfeil hin. Hier runter schickt uns unser Pfeil. Ah ja, okay, es leuchtet mir ein. Auf so'n Scheiß zu labern! ...zabtieren die Sonne unten mit Feuer und vor allem für die Kommission des Lägers. What? Oh Gott, oh Gott, warum haben die so lange ausgehalt? Okay, okay, okay. Problem, Problem, Problem. Ja, dann, kommt mal her. Headshot und komm schon, komm schon, sterben alle, nein! Ja, das ist ärgerlich. Dammit, 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 dammit. Hier war nichts mehr, oder? Shit. Jetzt könnte ich so eine Munition brauchen, jetzt könnte ich so... Ah, ich habe eine Idee. Okay. Ich habe eine Idee. Schwups. So. Das war nicht das Beste, was ich mir vorstellen kann, aber es ist was. Yes! Okay. Das ist gut. Welche Waffen haben die denn immer fallen lassen? Immer genau meine, ne? Deswegen habe ich so viel Munition eingesammelt, aber sie gleich wieder verknackt. Shit, shit, shit. Was, durchsuchen? Ich habe ihn doch schon durchsucht. Huh, komisch. Okay, hier geht's runter. Wie komme ich denn da hoch zu den... Hier? Nee. Zeig mir denn meinen Pfeil an. Aber ich muss hier wieder zurück. Hier war ich doch schon mal, oder? Was zeigt es mir denn hier mal... Manchmal... Da. Schrank durchsuchen. Ah. Da liegt was. Am anderen Ende. Ich habe es gesehen. Da hat es doch geglitzert. Oh Gott, das war nur eine Täuschung von den Schneeflocken, oder was? Okay, wir kriegen das hin. Wir kriegen das hin. Wir machen die Tür auf, wo Elizabeth drin ist. Und alles wird gut. Kommt schon. Hier ist auch was. Was ist das? Oh mein Gott, warum hören wir meinen Skype? Warum? Ich habe es doch auf Abwesend. Oder nicht? Bei der festen Überzeugung, ich hätte es auf Abwesend. Mist. Oh damn, oh damn, oh damn. Okay. Die Hauptkammer scheint offen. Wir können hochfahren, siehe. Schauen wir mal, was wird's. Mai, oh mai. Hier drin geht's ab. Das ist echt nicht schön. Hallo? Wo ist der rein? Ach, da muss ich rein. Na klar. Huh. Weil all of this has to end. Aber wenn ich die Siphon werde ich stark genug zu sehen, all die Dörren. hold tight! Und wenn ich ihn hierherherherhende, wer will sagen, dass er ein matcher für die Monster ich habe created? Oh shit. Was ist es? Warum hast du gefragt, was? Wenn die lustige Frage ist, wenn? Lives, lived, will live. Dies, died, will die. Ihr Schweine. Da vorne. Da steht sie doch, oder? Ich irr' mich doch nicht. Okay. Elizabeth. Okay. Sie ist alt. Oh nein. Was nicht das... Das war die... Innoctrination. Es war Zeit. Zeit rots alles, Booker. Du hast es. Ich bin gekommen. Songbird. Er immer wieder Kopfschmerzen. Ja, aber ich找ne eine Möglichkeit. Nein. Es ist zu lange für mich. I brought you here, for your sake. Yours and hers. Yeah. Here. What is this? It's for her. She'll know how to read it. What does it say? It's advice. Advice on what? How not to become ma- Oh shit. Sie hab ich wieder weggeschickt. Die scheiß Musik aus. Sie hat das alles geplant. Die alte... Die alte Elizabeth hat das alles geplant von Anfang an. Sie hat uns hierher gebracht. Ich bin zurück. 1912. Bevor sie... Es ist noch Zeit. Es ist immer noch Zeit, aber Zeit für was? Zeit um aufzuhalten, von dem sie selber sagt, dass sie unaufhaltbar ist. Die müssen irgendwie diese Energiequellen da oben abschalten, damit sie das nicht weiter mit dir machen können. Und dann kriegen wir am besten gleich ans Werk. Vielleicht, wenn ich die Maschinen von nach unten abschneite. Sie ist nicht deine Frau. Vielleicht nicht. Vielleicht nicht. Ich bin jetzt. Aber glaub ich mir, wenn ich dich erzähle, sie wird sein. Oh fuck. Oh shit. Oh shit. Ich bin weg. Ich bin weg. Ich bin weg. Okay, okay, okay. Wir schaffen das. Wir schaffen das. Fuck, 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 fuck. Was haben wir hier? Nix. Wir haben keine Munition mehr für unsere Zweitwaffe. Das ist richtig große Scheiße. Und das können wir nicht aufmachen. Dazu brauchen wir Elisabeth. Wir müssen zuerst dieses, was auch immer es hier ist, erledigen, aus dem Weg schaffen. Schluss. Scheiße ohne Saft, hm? Mistschwein. Oh, ich glaub sie kommen. Ich glaub sie kommen. Ich glaub sie kommen. Es war ja klar, dass es nicht so leicht ist. Fuck, 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 fuck. Nein! Mein Leben wurde gerettet. Raus hier.